Hallo und willkommen zurück zu... Was spielt mir? Achja, Skyblock. Nee, war Spaß. Ich spiele heute alleine, weil ich jetzt disconnected bin. Ja genau, ich spiele alleine. Stefan ist überhaupt nicht da. Der hüpft da nicht gerade auf der Tür rum. Und macht da dabei auch von zu. Oh meine Katze nervt ihr gerade, ey. Das geht gar nicht. Geh weg. Naja, du kannst ja wieder duschen schicken. So, heute wollen wir das komische Ding da fertig machen. Das sieht doch gut aus so. Das sieht schon eine Bombe aus, ne. Das wird nur nicht symmetrisch. Und dann total schlecht aus. So, dann müssen wir jetzt nochmal ganz viel Koppel bauen. Ja, genau. Ähm. Ja. Bei der letzten Aufnahme-Runde ist mir leider ein kleines Fauxpas passiert. Und ich habe keine Ahnung, wie das passieren wird. Auf jeden Fall hatte ich keine Aufnahme. Und Stefan hatte eine Aufnahme. Und da haben wir nochmal abgebrochen. Und da hatte ich aber schon das Feld abgeerntet. Deswegen hier die Kartoffeln. Und die Möhren, weiß ich gar nicht. Ob wir die schon so drinnen hatten, weiß ich nicht. Naja, wir hatten auf jeden Fall ein bisschen gemacht. Und wie sagen wir Angeln? Genau. Keine Ahnung. Ähm. Ne Angel, weil ich probiert hatte wegen Angeln. Achso. Und hast du geknappt? Ne. Oh Mann. In dem 2x2 Ding funktioniert das da irgendwie nicht. Das kann man echt vergessen. Warte mal. Dann müssen wir jetzt mal ein paar Spitzhacken bauen. Weil wir müssen jetzt gar nicht viel Koppel haben. Gar nicht viel. Ja, wir wollen das Ding da oben fertig machen. Hatte ich schon gesagt, ne? Ach klar. Ja, ja, hast du schon gesagt. So, ich mach mal hier ein paar Stickies. Ja, Stickies hab ich. Ich hab bloß keine Kobbels. Das ist natürlich scheiße. Und du baust hier grad eine Holzhacke, ne? Weil wir gar nichts mehr haben. Ja, muss ich ja dann wohl, ne? Ja, baust du mir drei Kobbels mit ab, dann brauchen wir nicht unser Holz verschwenden. Was mach ich denn hier für'n Scheiß schon wieder? Pfff. Ich weiß nicht. Aber während du da noch baust, kann ich ja schon mal den Rest hier abpflanzen. Abernten. Komisch. Und schon wieder bin ich der Angearsch der hier. Nein, nein. Klar. Das geht ja schnell hier. So wie man sieht, hier ist schon weggerissen. Ja, ich sag das auch hier. Mhm. Okay. Ich sag das auch hier nochmal. Ich hab jetzt ein neues Headset. Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser. Basti, verstehst du mich jetzt besser? Ich versteh dich gut, ja. Ja, das ist super. Und wir haben es probiert. Bei ihm gibt's dann wohl keine Atemgeräusche mehr. Also dieses... So, das fällt dann weg. Wenn alles gut geht. Jetzt sind sie nur noch bei dir. Was? Jetzt sind sie nur noch bei dir. Du sitzt bei mir? Nein, jetzt sind sie nur noch bei dir. Versteh ich nicht. Ach, lass mich doch in Ruhe. Äh... Stefan. Und zack, zack. Stefan! Yo! Möchtest du denn mal berichten bei deiner sensationellen Niederlage gestern beim Autofahren? Das muss die Menschheit wissen. Was dir und ich spielen nebenbei. Trackmania Nations Forever. Ich kann euch das vielleicht. Und... Ja. Äh... Ich bin ungefähr gefühlt sieben Millionen Plätze vor ihm. Und habe Sosen auf den Sack bekommen von ihm. Sieben Millionen? Das sind gerade mal 400.000, wenn's hochkommt. Ne, ich sag gefühlt. Weil normalerweise bin ich die Runde zwei Sekunden vor ihm. Jede Runde. Aber... Ja, kann schon mal vorkommen. Äh... Ja, weiß ich nicht. Eigentlich habe ich da kaland gesehen. Ich muss aber auch dazu sagen, das war 5 Uhr morgens. Er hat ausgeschlafen und ich hing voll in die Seil. Quatsch! Quatsch! Du hast den ganzen Tag geschlafen bis abends um halb 8 Uhr oder so. Echt? Ja, ja, ja. Und ich war auch... Du warst voll im Eimer. Schon klar, Stefan? Schon klar. Naja, hätte ja klappen können. Ja, vielleicht waren es einfach auch bloß gute Runden oder was. Oh, ich habe da hinten schon wieder gebaut. Ne, also momentan machst du mir echt Angst. Also... Weiß nicht. Entweder werde ich alt oder bin alt. Hast du eigentlich jemals erzählt, wie alt du bist? Ähm... Ich glaube indirekt. Weil... Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, ich habe nie erwähnt wie ich heiße. Aber das hast du ja oft genug gemeint. Ne, das ist mit dem Alter. Das war nämlich, wo wir da über unser Skyblock von vor knapp einem Jahr geredet hatten. Darfst du erwähnen, wie alt du bist? Ja. Echt? Dass der Zwölfjährige mich wie zwölf behandelt hat, obwohl ich damals 26 war. Du bist ja immer noch 26. Jaja. Na gut, vielleicht war ich damals auch erst 25. Weil es ist ja noch nicht allzu lange her. Oh man, 26 schon, Alter. Das geht gar nicht. Baust du auch schön fleißig mit ab? Jaja, ich versuch's zumindest. Aber mir verbrennt die Hälfte. Ja, mir auch. Ja, Basti, was gibt's denn sonst noch zu erzählen? Erzähl mal. Na, was gibt's zu erzählen? Ähm... Dinge. Es ist schon wieder mitten in der Nacht. Ich muss morgen arbeiten und... Ach komm, so spät ist es dann gar nicht. Wie spät ist denn das? Das ist 10 vor halb zwölf. Hab ich doch gesagt. Erst? Ja, ist noch nicht mal zwölf. Das ist 10 vor halb zwölf? Ja. 23. Äh, 10 nach halb zwölf, ja. Ja, ich wollt grad sagen. Verarscht der mich hier auch noch? Nein, das war ich auch noch. Das sollte kein Verarschen sein. Nein. Ich glaub dir das. Ich glaub dir alles, Basti. Mhm. Mhm. Das glaub ich dir. Nicht annähern. Äh... Habt ihr schon den Koppel? Ich hab ein bisschen, aber wie gesagt, mir verbrennt hier die Hälfte. Wir haben sieben Stacks inzwischen. Mhm, sieben Stacks. War das unglaubwürdig? Ja, ne, ich hab... Ach, nur ein wenig, Stefan, nur ein wenig. Ja, ich hab jetzt gleich 80 voll. Ich baue hier hinten immer das Ding ab. Ich nicht. Passt immer schön fleißig auf. Mhm. Machst du bestimmt. Was war denn das grade? Weiß ich nicht. Sagen wir auf den Schleim, aber ich wiss das hier kein Schleim. Aber wir brauchen ja da oben wieder Stufen, ne? Na... Die, die, die halben Dinger, hm? Jaja, Stufen. Hab ich doch gesagt. Sind die Stufen? Na, Stufe sind bei mir die, die Treppendinger, die da beim Haus... Ja, das sind ja Treppen. Äh, die haben aber auch Stufen. Ist nicht schlecht. Oh, ne, du... Du brauchst nicht. Oh, Stefan. Ich mach dich fertig? Ja, ja. Stefan! Ja, so heiß ich. Wir haben uns doch gewundert, wie man aus Kaktus Farbe machen kann. Nein. Doch. Ich wusste ja, dass man das kann. Ich wusste nur nicht wie. Nein, ja, hm. Ja, ist so. Ja, ja, ja. Ich hab das ja an den Zielen gesehen. Ja, dass man das machen kann, wahrscheinlich schon, ja. Aber wenn wir jetzt alle Ziele durch haben, hören wir dann auf, oder was? Na, ich würd dann gucken. Na, das dauert eh noch ne Weile. Na, so lange dauert das gar nicht mehr. Ja? Also das sind jetzt nicht grad die Hammerziele, die wir da jetzt noch haben. Na, fünf Goldparen? Die Fahrziele sind... Ja, okay, gut. Da müssen wir noch in Neta und anderen Kampfplattformen bauen und alles. Und uns da durch die Gegend schlachten. Ja, okay. Das kann schon noch ein bisschen dauern. Theoretisch ja auch nicht. Na, wenn nicht, fangen wir dann noch einfach ein neues Projekt an. Oh. Ich hab auch gesehen, dass es Minecraft Skyblock auch mit größeren Karten gibt. Also mit größeren Inseln, wo denn unten noch Kohle unter drin ist, ne? Cool. Oder Eisen. Hab ich auch schon gesehen. Alles klar. Die Frage ist halt bloß, ob man es findet. Ja, weiß ich nicht. So, denn ich bin jetzt fertig. Ich lauf da schon mal hin. Wollen wir mal? Warte mal. Guck mal, wir haben ja noch die Steinziegel drin, ne? Die brauchen wir doch eigentlich gar nicht mehr. Nö. Wollen wir die einfach auch zu halben Dinger machen und da oben einfach mit verbauen? Na, ich glaub, wir haben genügend. Dann sieht das wieder scheiße aus da oben, dass hier falsche Dingsen verwendet werden. Das ist doch kacke. Ach, Quatsch. Das ist kacke, was... Äh, wir brauchen aber noch normale Cobbles, ne? Ja, hab ich. 64 normale. Naja, wird nicht reichen. Und 180. Ich meine für die Seitenwände, wirst du... Ja, 180 Stufen hab ich und 64 normale. Na, ich bin bei knapp 100 Stufen, Dinger. Weil mir ist die Hälfte verbrannt. Nö, du hast aber das 60er Stack aus der Kiste genommen, oder so. Da war ja noch was drin, ne? Nein, das soll ich doch niemals tun, ne? Nein, das würdest du nicht machen. Nein. So, hast du jetzt eine Peilung, wie es funktioniert? Ne, ne? Ich baue jetzt auf jeden Fall hier erstmal aus, richtig? Na, warte mal ganz kurz. Na, ich baue mal einmal rum, weil man fällt da ganz schnell raus. Ja, kannst du auch erstmal eben mal rumbauen. Genau. Hast du noch eine Spitzhacke bei? Nö. Das ist natürlich eine gute Idee von dir. Anstatt mir das mal vorher zu sagen. Ich habe ja eine Peilung. Ist ja erstmal nicht schlimm. So, warte. Jetzt geht das hier nämlich... Wie sagen wir denn auf der Seite jetzt schon rein? Mhm. Weil du das unbedingt so haben wolltest, damit es unten auf der Plattform symmetrisch ist. Ach ja, stimmt ja. Mit deiner Kack-Konstruktion. Das ist ja gar nicht symmetrisch, das ist ja gerade das Problem. Ja, siehste? Habe ich schon gesagt? Ja, dann muss ich das 3-Beit bauen oben. So, und hier bauen wir jetzt einfach 8 nach hinten. Beziehungsweise 9. Vier. Acht. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Sieben. Fünf. Acht. Sechs. Neun. Sieben. Acht. Das ist cool, wenn wir so beide zusammen zählen. Eins, zwei, zwei, zwei. Da, da, da. Da, 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 da. Schubidubidu. Ich benutze jetzt trotzdem die Ziegel-Scheiße hier. Was soll das? Oh, was soll denn das, Mensch? Das sieht man doch. Was machst du denn da schon wieder? Du sollst nicht gleich ganz ausbauen. Du hast gesagt 9. Oh. Ah, ja, aber nicht nebeneinander. Du sollst hier 2 nebeneinander. Und dann nach hinten weg. Ach ja, stimmt ja. Die, die Spawn-Fläche kommt doch eh einen Block höher. Ja, 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 hast ja recht. Der muss das wieder wegmachen. Ja, da muss ich gucken, warte mal. Ja, stimmt ja. Also nur halt hier, ne? Ja, genau. Ja, das war grad mein Fehler. Sorry. Oh, ich bin hier gleich runtergefallen. Oder unten ist ein Creeper. Im Mindestens. Ich hoffe, dass hier oben eine Spawn. Spawn. Dann ist das auch wieder weg. Und hier kann ich auch nochmal neu, ne? 1, 2, 3. 4. Ja, genau. 5. 6. 7. 8. Und das sind 9, ja? Genau. Ich hoffe mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und da auch nochmal. So. Warte mal, warte mal. 1, 2, 1, 2, 3. Das ist kacke. Was denn? Mach die beiden nochmal weg hier. Ja, ja, das machen wir denn. Ne, bitte. Mach die nochmal bitte kurz weg. Das sieht schon kacke aus. Die beiden und die beiden. Ja, das kommt doch dann sowieso weg. Wieso kommt das weg? Na, weil wir eh eins höher bauen. Da kommt doch eh alles weg. Stimmt auch wieder. Hier ist doch nur der Wasser. Ja, 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 ja. Hab ich doch gesagt. Ja, hab ich doch gesagt. Genau. Ja, hallo. Das ist schon spät. 4. Das ist schon spät. 5. Hier, guck mal wie das jetzt aussieht hier mit deinem. Oh, ja, ja, ja. Halt da die Klappe. Ja, ich meinte dich. Ja, ja, meintest du gar nicht. Du hast unten die Tür aufgelassen, kann das sein? Achso, ist gar keine Tür drin. Das ist so doof, ey. So, okay, ich bin fertig. So, und du? So, jetzt müssen wir die Ecken verbinden und dann können wir... Was? Na, warte mal. Komm her, ich mach das jetzt mal hier mit, ja? So. Ja. Und du? Also soll ich da jetzt Koppel hinbauen? Sieh ich das richtig? Na, warte mal. Ich erklär dir das gleich. Kann ich doch auf der anderen Seite auch schon mal machen, oder nicht? Na, ich wollte jetzt die Wassergräben mit denen hier machen, weil die noch übrig sind. Ja, aber das reicht doch eh nicht. Wird zwar eh nicht reichen, aber genau. Ja, siehste. Also kann ich das hier schon mal bauen, oder nicht? So. Na, und hier drinnen kannst du jetzt das schon auskleiden. Hier, so hier, zum Beispiel. Na, oder da. Ja, da kannst du auch schon noch so auskleiden. Na, auskleiden. Na, auskleiden. Also, ne? Verstehst du schon. Ja. Auch in dieser 9er Tiefe. Ne, warte mal. Na, hier können wir jetzt eigentlich schon direkt die Mauer, äh, die Wand draufsetzen. Hier. Das heißt? Dass der Wasserlauf hier mit der Wand abschließt. Ja, genau so. Okay. So können wir das machen. Alles klar. Wenn du das sagst, was... Den können wir uns sogar sparen hier eigentlich. Alles egal. Ich mach mal. Ja, aber da sieht das doch wieder kacke aus. Was, du siehst kacke aus? Ja, das auch. Stefan, sagst du dich da nicht immer schlecht machen. Warum nicht? So schlimm bist du doch gar nicht. Ah, ich weiß noch nicht. Du weißt es noch nicht? Ist auch schön. Ich bin unschlüssig. So, wie weit sind wir denn jetzt? Hier? 13 Minuten, hm? Ja, 13 Minuten. Aha, zählst du, guckst du mit? Machst du Glotzi Glotzi? Wie traust du dich nicht mehr? Ich hab mir eine Stoppuhr aufs Handy geladen. Ah so. Ja. Ich wusste nicht, wie hast du ein Handy besetzt? Äh, nur, also... Nur für Stoppuhr? Nur für Stoppuhr oder MP3-Funktion oder so, ja. Anrufen ist immer schlecht. Ah so. Ich hab da ein Festnetz, wozu brauche ich ein Handy. Ah, das stimmt. Guck mal, ich hab ein Handy, wozu brauche ich Festnetz? Ja, siehste, so kann man es auch sehen. Ah, cool. Geht natürlich auch, ja. Ja, als sie hier mal einen Telefonanschluss gelegt hat, ich hatte ja nur ein Kabel aus der Wand. Als ich damals hier eingezogen bin, da haben sie auch gefragt, ja und jetzt brauchen wir mal bitte ihr, äh, naja, ihr Telefon. Ich so, ich hab keins. Wie, die haben keins? Auch schön. Die haben mich auch ein bisschen komisch eingeguckt. Ha, egal. So. Gut. Sieht das schon so ganz gut aus? Ja, ja, genau so. Genau. Und da können die dann drauf spawnen. Schick. Schick, schick. Subi, subi, subi. Guck mal, es fehlen jetzt, wenn ich jetzt die Ecken wieder rausnehme, dann würde das sogar voll hinkommen. Ob das eben mal ringsrum war. Echt? Mhm. Es fehlen jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5 so ne Dinger. Ja. Ja, dann mach doch. Da ist 1, 2. Naja, ich krieg ja da aus der Ecken nicht mehr raus. Natürlich, du willst bloß nicht. Ich geh dann auf. Die krieg doch nicht aufgefangen. Ja. Natürlich, du willst bloß nicht. Nämlich mich da in die Tiefe stürzt so. Genau, mach das mal. Oh, warte mal. Oh, er steht schon wieder weg. Ja, hör mal wieder auf. Das ist unglaublich. Jedes Mal dasselbe. Wir brauchen gleich noch ein bisschen mehr Gobbel. Gobbel, Gobbel, Gobbel. Ah, ich hab den noch fangen können. Ey, super. Ich bin stolz auf dich. Also nicht. So. Darf ich da jetzt bauen? Danke. Zack. Nur nicht da, wo ich stehe. Oh, hier geht das auch, geil. Zack. Jetzt fahr ich runter. Jo, was? Und sonst so? So. So. Bald bin ich wieder bei euch. Yay. Ne, freu ich mich wirklich. Weil der gute Stefan, der besucht mich zu meinem Geburtstag. Ja. Der ja nun auch bald ist. Tja. Das ist natürlich die Frage, wie alt wärst du? Na, ein Jahr älter. Das ist jetzt die Community-Frage schlechthin. Hm, welche Community? Die ja noch nicht. Ich... Ah ja, er wird schon noch. Die tut man jetzt. Ah, ich weiß nicht. Bei mir geht's nicht rückwärts. Ah, klar. Ich hab keine Ahnung. Ich verzweifle, glaube ich. Ich hab keine Stufen mehr. Hast du noch Stufen? Ja, ich hab noch Stufen. Das ist gut. Stufen-Schnitt und... Was? Du bist doch doch, ey. So, immer her damit. Bin eh. Warte, ich geh mal hier hin. Sonst fallen die Runde. Ja, ja, ja. So. Super. Super. Supi. Dankeschön. Das war umgekehrt. 32 dürften es gewesen sein. Ups. Ey, jetzt bin ich hier in der Mitte rein gefallen. Nein. Ne, ne, ich lebe noch. Schade. Ja, war klar, dass sowas kommt. Sowas kann auch nur von dir kommen. Verstehe ich. Mhm. Was ist denn das wieder hier? Ein Blödsinn. Wird so feiern, wenn wir jetzt da hinten schon spawnen würden, Alter. Mhm. Auf den Pferdenflächen schon, wirst du? Ach man, was bin ich denn hier wieder? Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und da. Was? Tadaa. Haha, du bist echt doof. Alter, wie sich das da unten tümmelt. Ja, ich seh das, ich seh das. Das ist total heavy. Wow. Komm mal, komm mal hier rüber. Ne, warte, ich muss es hier kurz fertig machen einmal. Hier rüber vor dem, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Creeper. Wow. Haha, 10 Creeper oder so. Schüch. Was, schüch? Ja. Total heavy. So. Ey, jetzt hat er wieder nach unten gewohnt. Er ist so eh gewerft, ne? Oh, da kriegst du einen halben Härtefack, Alter. Alter, kriegen wir das jetzt hier noch fertig? Mh, nein. Ich glaube nicht. Aber ich bin leider leider. Scheiße nicht. Obwohl. Könnte... Paar Leiter bin ich. Könnte vielleicht noch reichen. So, dann haben wir das geschafft. Und unten sterben wir dann, weil die Viecher uns töten. So, gut. Also hier dürfte jetzt fertig sein. Da fehlt noch das für den Wasserlauf. Da bauen wir nochmal welche hin. Ich bin jetzt komplett pleite. Na, ich hab noch drei. Nein. Aber warum hast du denn die Steine jetzt da drin gesetzt? Na, das hätte ich nicht gemacht. Ist doch scheißegal. Wir müssen da eh nochmal runter. Hm, guck den mal an da unten. Warte mal, ich guck mal eben. Oh, ich glaube ich habe gerade einen Enderman angeguckt. Da ist er. Wo ist er? Da drüben. Hey. Mach ich schnuppi putzi. Komm mal her. Komm her. Ich hab ein Schwert bei dir. Ah, ich mach dich alle. Ich mach alle. Alle. Mach ich dich. Siehst du? Ich hätte so gefeiert, während ich jetzt runterschubst hätte. Aber ich werde jetzt Jumping machen. Willst du runterspringen? Ich bin komplett pleite. Na, ich hab noch ein volles Schwert und so bei. Ja, juckt doch die Bohne. Aber wir dürfen uns nicht umbringen. Stimmt auch wieder. Warte, dann müssen wir so tun, als ob ich runterfall. Warte mal, Stefan, warte mal. Nein, guck mal hier. Ich guck, ich mach klotzi, klotzi. Ich komme. Hier, stell dich mal hier ruf. Ja, und dann? Stell dich mal ruf. Jetzt willst du das abbauen. Juhu. Na, ah schade, ich dachte, du überlebt das. Kannst du nicht überleben. Ah, man weiß es nicht. Jetzt steht dir schon wieder ein Enderman um. Oh, den haue ich noch tot. Hä? Wieso ist denn hier eine Tür? Äh, ein Knopf? Oh nein, der Enderman hat mich umgebracht. Ich werde hier unten angegriffen. Ja, klar. Mhm. Ich bin schon da. Ich stehe unter dem Feuer. Oh, Mini-Zombie, Mini-Zombie. Ah, ich bin Feuer. Ich bin Feuer. Ich brenne. Ja, super. Ja, genau. Immer auf mich. Okay, der ist tot. Hier ist nur noch der Mini-Zombie. Da hinten kommt der Nächste an der Rand. So, ich muss mal ihn kurz hier, ah, mich vernünftig hinsetzen. Ja, du könntest mich mal bitte unterstützen. Ja, ey, ich bin doch schon dabei. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Guck hier, geht doch alles schon los hier. So. Nein. Ja, klar. Genau. Komm, greif mich da ran. Glaubst du dich am Schiss von dir? Alter. Sag mal. Sag mal, die ganze Zeit haben wir überlebt. Willst du dann sowas? Haben wir hier schon was drin? Warum haben wir eine Truhe im Haus? Und da ist eine Strinde. Keine Ahnung. So. Lass uns da mal ein paar Schwerter drin machen. Ja. Alter. Oh, ich hab verrotte das Fleisch. Ja, ich auch. So, gut, dann müssen wir noch ein bisschen Koppel abbauen, ne? So war das doch, oder? Ein bisschen. Ein bisschen. Äh, da hinten sterben die Viecher nicht, ne? Durch Schatten und so. Das ist natürlich Kacke. Müssen wir ausleuchten. Da hinten alles. Genau, dann lassen wir das noch. So, äh, warte mal. Das verrotte das Fleisch. Den Eimer nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Aber den Eimer nehmen wir mit, wenn wir abgebaut haben, ne? Jetzt hast du die Hacke rausgebaut. Äh, ich baue kurz sechs. Ich hole kurz sechs. Und dann müssen wir auch gleich mal die Aufnahme beenden. Mhm. Zwei Minuten haben wir jetzt. Oh, seh doch cool hier. Man, ne Meter. So, ich hab schon Stickys gebaut. Ja, ich hab schon vier, warte. Geht gleich los hier. Wie viel bauen wir denn noch? Ein, ein Stack voll, ne? Ich glaub, reicht, oder? Äh, na wir müssen noch das Dach ziehen und so. Wieso? Ach ja, natürlich. Ja, natürlich müssen wir das Dach ziehen. Also brauchen wir noch ganz viel. Wir brauchen noch ne Menge. So, soll ich dir auch gleich einen bauen, oder was? Äh, Stickys hab ich. Ja, jetzt ist... Äh, was, was mit dir? Ich guck' nicht. Äh, ich geh ins Haus. Ich geh ins Haus. Ich kann er nicht reinkommen. Der ist so gar nicht hier. So. Ich hör noch mal noch. So, hier. Äh, hier ist kein Mensch. Doch, da hinten auf der Treppe steht er. Und guckt mich an, da hinten. Äh, cool. Guck mal, wie er zack, zappelt. Zack, zack. Das ist ja cool. Warte, ich geb' ja auch wieder. Dann nehmen wir erstmal hier das Dingsen. Och, ja. Äh. Yay. Yay. So, dann würde ich sagen, werden wir hier die Aufnahme. Genau, ich guck' den beim Abbauen. Ach, ne, kann ja beim Abbauen nicht an. Oh, das ist auch der Fallen. So, nur. Ist er jetzt weg? Du dreckiger Drecks. Ich hör' noch nicht mehr. Ne, er ist weg. Okay. Dann. Na, guck mal, unser Baum das Leben zu. Tadaa. dann machen wir mal Pause genau, alles klar, dann bis zur nächsten Folge genau, und in der nächsten Folge arbeiten wir da oben weiter, und wenn wir die fertig haben unsere Monsterfalle, unser super Teil da oben, dann muss ich auch zur Arbeit ja, dann arbeiten wir die Liste weiter ab alles klar, dann bis zur nächsten Folge, viel Spaß auch bis später, bis morgen ciao, ciao